wo haben wir geblieben hallo an alle guten abend willkommen erst mal zu meinem youtube channel und zwar sind wir immer noch auf dem farm mit der medien stein und sein mit ihm geschlagt und suchen halt nach bestimmte fb ist wie zum beispiel auch fb für krieger der kostet auf dem markt ungefähr 15 kk das ist 15 millionen janks und vielleicht kann mich noch ein anderes fb der zum beispiel zum beispiel verzauberte klinge heißt wo der verzauberte rüstung ein ohne janks es ist hier sehr sehr schwierig darum anzukommen weil verzauberte klinge fb kostet auch vier bis fünf kaka kaka bedeutet millionen und verzauberte rüstung hier wäre ein kaka ja für einen anfänger ist sehr sehr gutes geld damit ich halt noch bessere sachen kaufen kann wie equipments schild und so weiter so jetzt habe ich erst mal ein fb grunden wenn ich das erstmal neben kann kommt so davon habe ich jetzt einen anderen meeting gesehen hier genau und fangen erst mal an aber meine klinge nicht an das heißt mal meine klinge an machen genau und jetzt weiter aber zuerst muss ich immer mein kaul und sozusagen mein tier so jetzt ist ja natürlich haben wir auch andere tiere art wie grau wölfe tiger bären um regel wäre natürlich auch chinesische namen tiere die ich auch nicht kenne die kommen auch noch hier rein aber die sind auch sehr leicht zu killen das wichtigste hier in diesem spiel ist dass man erstmal nur farmen muss damit man erstmal an janks kommt ohne farmen kannst du hier sehr sehr schwer nach oben ankommen wenn oben sind sehr sehr viele heitler die sind die haben schon sehr viele ihre janks schon gesammelt oder ihre equipment sehr sehr gut verbessert und wenn man halt nach oben ankommen möchte dann muss man schon wirklich sehr viel farmen natürlich ihr seid auch nicht die einzigen die hier farmen geht auf map 1 oder map 2 oder andere maps wie zum beispiel ganz kurz hier gibt es gar nichts okay geht es weiter zu dem dritten ja wie zum beispiel vorher menschen oder spinnen den wo halt meeting steine gibt kann man dort immer farmen aber natürlich ihr seid auch nicht einzigen nicht vergessen es kann auch ein anderer gegnerische oder andere reich wie zum beispiel blauer reich oder gelbe reich kann auch andere farmer unterwegs sein die auch meeting farmen wird sein mädchen steine farmen weil die auch halt ihre equipment verbessern möchte daher wollen die halt auch hier wie ich mädchen suchen gehen mädchen steine nun ich habe jetzt in wolfdarm gefunden jetzt habe ich da unten bergung geschaut das worten wert hat weiß ich nur nicht sind wir einmal schauen auf dem bazar auf dem markt und dort halt dann einen laden aufmachen und das ganze dort verkaufen ja jetzt geht es hier weiter mit hermetin hoffen es kommt hier wenigstens ein zweiter spiel aus und wenigstens ein gutes buch ein fertigkeitsbuch und mit dieser fertigkeitsbuch auch gut verkaufen könnte was für mich sehr wichtig ist hier leider auch gar keine fb was sehr sehr für mich es ist jetzt auch bitte klinge jetzt auch bitte rüstung das sind alles die fb ist die auch und jetzt lasse ich euch alleine mit das spiel und hoffen nicht es gefällt euch bitte einmal like und abonnieren wenn es euch das gefallen hat weil wegen meiner stimme ich habe mich ein bisschen erkältet darum kann ich nicht so viel zu reden darum werde ich jetzt einfach ruhig mit das spiel alleine lassen let's go ja Untertitelung des ZDF, 2020 Test, aber jetzt kommt bei Audio, kommt gar nichts, oder? Ja. Das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein Feldpunkt Nummer 3 Nummer 4 Da ist einer Neuer Jagdauftrag, Level 19 in dem Quest Vier Stück habe ich Ausloggen 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 Nummer 3 Okay Nun Gehen wir mal jetzt Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun gehen wir weiter Ja, mit Level A10 ist schwierig Wenn du kostenlos spielen willst Du musst halt ein gutes Equipment haben Sonst bist du sehr low hier Nur Müll habe ich Dieser Auftrag, diese Wolfsdarm, die empfände ich überhaupt nicht Zu schwer Aufgewirr ist gar nichts Okay, was mache ich jetzt? Ich gehe mal bis zum Level Wenigstens auf Level 20 Dafür gehe ich Ganz woanders Und zwar gehe ich Graf schafft Junkrank Dort Level Hier ist ein bisschen besser Die Tiere kommen selber Ich muss nicht spawnen Sondern Die kommen wohl selbst Allerdings So, muss ich mal jetzt meine Skills mal ein bisschen ändern Okay, drei Und So Einmal komplett ziehen Grüner Trank Angriffsgeschwindigkeit So Weiter geht's So 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist ein bisschen größer Null So, ein bisschen nochmal Raum anziehen So, kommt mal So, wer noch nicht mich folgt, kann einer bitte mich folgen? Wäre super für mich Hmm, toll, klinge da, wo es... Hmm, so... Ja, 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 ja... So, noch ein bisschen, dann habe ich Level geschafft... Und Level 19 Asma... Hmm, Klinghouse... Ja, 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 ja... So, noch ein bisschen... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020